herzlich willkommen ihr geilen vergenusswurzler patch notes sind da und als erstes wollte ich euch noch mal darauf hinweisen morgen denkt dran morgen spart ihr bei abtoid noch mal fünf prozent extra dazu steht auch alles in der video beschreibung und ab übermorgen startet das giveaway wofür ich euch auf jeden fall auch noch mal video machen werde jetzt gehen wir aber erst mal rein in die patch notes und wir kriegen ziemlich früh jetzt schon muss ich sagen reisen ist sie versuchen noch einiges für hunter ich bin ja momentan auf dem hunter trip deswegen finde ich das juicy 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 wir gucken mal mögliche effekte neue ultimative fähigkeit schattensplitter reise setzt dunkle macht auf ziele frei die in erster linie auf gegnerische helden abzielt ihnen schaden zufügt und das ziel in angst versetzt jedes mal verursacht es schaden in höhe eines bestimmten prozentsatzes der attack und löst basis angriffseffekte aus reise es führt für jede bestimmte angriff geschwindigkeit einen zusätzlichen angriff aus und löst den effekt grundangriff aus dann fügt er dem ziel eine schicht fluch hinzu das ziel erleidet dann mehr einzelschaden beim tod wird der todes effekt von reise bis aktiviert die toten seelen greifen das ziel mit einem fluch an und verursachen für jedes fluchzeichen waren schaden in höhe eines prozentsatzes der maximalen lebenspunkte des ziels dann verschwinden die fluchzeichen potenzial wir gehen erstmal hört sich das richtig geil an vor eigentlich mit dem fluch fühle ich hoffe mal dass der prozentsatz der maximalen lebenspunkte gut ist weil weiß es hatte ja nicht so viel schaden gemacht ich hoffe dass das pusht aber ich glaube dass hunter dadurch noch mal richtig jetzt value gewinnen und ich bin halb dass ich meine meiner thema ist schon relativ hoch habe jetzt dann vielleicht doch und dass sich das hoffentlich dann außer ihr habt ihr gesehen in hellaren hat sich schon ausgelohnt ausgezahlt und jetzt schauen wir mal wie das sich dadurch noch mal verändert potenzial wendet zu beginn des kampfes ein fluchzeichen auf alle gegnerischen ziele an als sie mit einem fluch mal wendet beim tod ein fluch mal auf ziele in seiner umgebung an auch geil das heißt schon nochmal direkt early damage boost wichtig neue passivfertigkeit verschlingen der albtraum die dauer des immerwährenden albtraum sieht nun für einen ganzen kampf verlängert nach der ersten wiederbelebung erhöhte weise bis die attack potenzial wenn verbündete wenn vier helden getötet werden steigt wird stellt reise bis energie wieder her und das hört sich schon ziemlich crazy an gerade auch wieder die synergie mit dem event vier helden wir haben wir zum beispiel was sagen es ist ja auch ein event vier oder arcade ja auch das ist dann eine gute synergie da bin ich sehr gespannt neue events und event optimierung dann kriegen wir göttliche segen event während des events haben wir wieder die chance zu wählen ob wir reise des copies haben wollen doralee oder sah mal ja es ist der anlage wieder für mich die habe ich glaube ich alle nur fünf oder doralee bin ich mir nicht sicher doralee kann ich noch sammeln okay dann kann ich da diesmal was machen das ist gut für mich weil sonst kann ich meistens immer hier nichts machen weil alles schon immer fünf ist und dann fühlt es wirklich doof an zusammen aber doralee könnte ich ja noch mal ein bisschen pushen so dann wird ein neues riesenturm event erweckt dort können wir reise des copy oder reise des seelenkristallkerne ernten sage ich mal da werde ich mir da hier auf jeden fall weil weiß es ist ja die fünf dann werde ich mir sehen kristallkerne auf jeden fall ernten hier dann auf einigen server mit neues quanten mimikmaschinen event eröffnet dort kriegen wir baro kopien und das rote prisma amulett des göttlichen prototyps dann heldenrallye erheignis wird auf den meisten servern eröffnet kennen wir ja wo wir mit summons belohnung bekommen dann anpassungen und optimierung der spielinhalte das system der alternativen weltlands wurde angepasst masranis seelenkristallkern wurde dem alternativ workshop auch hinzugefügt okay geil das problem wurde behoben dass die questbelohnung in der exotischen expedition nicht mit der schallfläche alles einsammeln eingefordert konnten geil das war richtig nervig immer alles einzeln einzusammeln und dann ist das nichtmals weggegangen und da muss dann und das war ganz doof ja leute geil 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 bin gespannt auf weise was denkt ihr da über reise schreibt meine kommentaren bin gespannt was ihr denkt ich bin auf jeden fall hype weil meine weiß es ist die fünf und ich hoffe mal dass die rasieren wird in dem sinne leute lasst einen daumen nach oben da haut ein abo raus und verpasst keins der weiteren videos peace euer wizard 1